Hi, ich bin Mathe-Peter und in diesem Video schauen wir uns direkt am Beispiel an, wie die Variation mit Wiederholung funktioniert. Das Beispiel lautet, beim Morsen werden zwei Zeichen verwendet. Wie viele Buchstaben können dargestellt werden, wenn jeweils höchstens vier Zeichen verwendet werden? Nur mal kurz, um zu verstehen, was hier steht. Beim Morsen ist es so, dass elektrische Signale oder optische Signale übersendet werden, meist ein kurzes oder ein langes Signal und wir damit Buchstaben kodieren können oder auch Zahlen beispielsweise. Wie beispielsweise SOS, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und ja, die Frage ist, wenn wir höchstens vier Zeichen pro Buchstabe benutzen können, wie groß ist dann das Alphabet, das wir darstellen können? Wie viele Buchstaben können wir darstellen mit diesen zwei Zeichen, nennen wir sie zum Beispiel kurz und lang. Wenn du jetzt nicht sofort weißt, bei welchem Fall der Kombinatorik du dich befindest, dann kannst du grundsätzlich so vorgehen. Frag dich zuallererst einmal, ob wir eine Auswahl treffen von Objekten oder eine Anordnung von Objekten. Eine Anordnung würden wir doch nur dann treffen, wenn wir bereits die kurzen und langen Zeichen kennen und einfach nur noch uns fragen, in wie viele verschiedene Reihenfolgen können wir die bringen. Das ist aber hier nicht der Fall. Es ist noch nicht klar, wie viele kurze und lange Zeichen wir bekommen, um dann die Anzahl der Buchstaben herauszufinden, die wir daraus bilden können, sondern es geht ja ganz grundsätzlich darum, uns kurze und lange Zeichen herauszunehmen und damit eben einzelne Buchstaben zu bilden. Es geht ja also ganz klar um eine Auswahl. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, ob ein Zeichen, das schon mal verwendet wurde, nochmals verwendet werden kann. Und ja, das ist der Fall. Bei SOS beispielsweise, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, da werden ja auch die kurzen bzw. langen Signale in den einzelnen Buchstaben öfter verwendet. Das heißt, die Zeichen werden wiederholt verwendet. Wir sind im Fall mit Wiederholung. Und die letzte Frage, wenn wir uns im Fall der Auswahl befinden, ist die Reihenfolge der Zeichen wichtig oder ist sie unwichtig? Und ja, sie ist wichtig, denn ob ich jetzt kurz lang oder lang kurz morse, das sind unterschiedliche Buchstaben. Das heißt, die Reihenfolge ist tatsächlich entscheidend. Und deswegen sind wir im Fall Variation mit Wiederholung. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch kritisch sein könnte, ist N und K auseinander zu halten. Und falls du damit Probleme haben solltest, so wie ich damals auch noch, bevor ich mir hunderte Aufgaben zu diesem Thema angeschaut habe, ist ja auch kein Problem. Dann mal dir aber einfach so eine kleine Übersicht hier auf mit den Dingen, um die es hier geht. Zum einen geht es hier um die Zeichen, also ein kurzes und langes Zeichen, aus dem wir auswählen wollen. Und nennen wir es vielleicht die Position, an der das Zeichen vorkommt. Erste Position, zweite und dritte Position oder vierte Position, höchstens vier Zeichen, wo eben die kurzen bzw. langen Zeichen stehen. Also ich mache jetzt exemplarisch hier drei Elemente rein, auch wenn das vielleicht speziell bei diesem Beispiel nicht erforderlich ist. Es gibt ja nur zwei Zeichen, kurz lang, aber einfach für die Übersicht, um uns klar darüber zu werden, worum es in der Aufgabe geht. Dann frag dich, ob ein Zeichen an mehreren Positionen stehen kann. Und ja, das ist logisch. Wenn ich SOS habe, dreimal kurz beispielsweise, dann steht ein Zeichen sogar an drei Positionen. Also ja, das ist möglich, dass ein Zeichen mehrfach verwendet wird innerhalb eines Buchstaben. Aber andersrum können zwei Zeichen an derselben Position stehen. Nein, das ist Quatsch. Das erste Zeichen, das ich übersende, das ist entweder ein kurzes oder ein langes. Es kann nicht sein, dass ich ein kurzes und ein langes gleichzeitig übersende. Also das ist unsinnig und deswegen streiche ich das weg. So, wir haben hier ein Häkchen stehen. Häkchen steht immer für den Fall mit Wiederholung. Das ist nochmal als kleine Gegenprobe. Das heißt, auch hier aus dieser kleinen Übersicht kannst du das hier direkt erkennen, auch ohne die Vorüberlegung. Und das, was wiederholt ausgewählt wurde, also das Zeichen hier, das ist auch gleichzeitig immer das N. So, wir haben zwei Zeichen zur Auswahl. Ein kurzes und ein langes beispielsweise. Das geht mit Lichtsignalen ja auch. Also ich immer die Hand davor halte und immer ganz kurz die Signale übermittle oder eben, indem ich mal die Hand lange davor halte oder lange weg halte, wie auch immer. Also ich kann kurze und lange Signale beispielsweise übersenden. Das sind zwei Stück. Steht auch hier oben. Jetzt ist allerdings das Interessante, dass wir für die Buchstaben höchstens vier Zeichen verwenden können. Das heißt also, ich könnte Buchstaben übermitteln mit Hilfe von einem Zeichen. Also einmal kurz oder einmal lang. Ich könnte aber auch zwei Zeichen verwenden. Kurz kurz, kurz lang, lang kurz, lang lang. Ich könnte aber auch drei Zeichen verwenden oder vier Zeichen. Das heißt, wir haben hier vier verschiedene Möglichkeiten. Ich schreibe das mal auf mit Hilfe von K1. Es besteht aus einem Zeichen. K2, also die Buchstaben mit zwei Zeichen. Dann haben wir hier K2. Dann haben wir noch K3 und K4. Man kann das auch mathematisch schöner zusammenfassen, indem man hier sowas schreibt wie K und dem noch einen Index gibt. Ich nenne es jetzt mal I gleich I. Das ist einfach nur eine schönere Schreibweise, finde ich, weil der Index gleich dieser Häufigkeit entspricht. Und das ist deswegen wichtig, weil wir ja Buchstaben aus höchstens vier Zeichen bestimmen wollen. Die Anzahl der Möglichkeiten, haben wir uns in dem Video zur Variation mit Wiederholung angeschaut, bestimmt sich hier immer über N hoch K. Da wir aber mehrere Ks haben, müssen wir auch die Möglichkeiten für jede Buchstabenkombination nochmal aufaddieren. Das bedeutet, für Buchstaben, die sich aus einem Zeichen bestimmen lassen, haben wir zwei hoch 1 Möglichkeiten. Also ein kurz oder lang. Das heißt, es sind zwei Buchstaben. Buchstaben, die sich aus zwei Zeichen bestimmen, also auch hier N hoch K, da haben wir dann insgesamt schon vier Möglichkeiten. Kurz kurz, kurz lang. Lang kurz, lang lang. Für Buchstaben, die aus drei Zeichen bestehen, haben wir zwei hoch drei Möglichkeiten. Da gibt es auch drei Buchstaben, die aus drei Zeichen bestehen. Und wir haben zwei hoch vier Buchstaben, die aus vier Zeichen bestehen. Wir müssen die deswegen addieren, weil ja jede Zusammensetzung eben einen neuen Buchstaben ergibt und wir damit eben das gesamte Alphabet von Buchstaben aus höchstens vier Zeichen zusammenbekommen. So, das lässt sich tatsächlich auch über eine wunderschöne Summformel ausrechnen. So übertrieben wollen wir es aber an dieser Stelle nicht machen. Es gibt hier nur maximal vier Zeichen. Das heißt, die können wir auch alle einzeln ausrechnen. Also zwei plus vier plus acht plus sechzehn. Das macht dann, hier sind wir bei zwanzig, hier sind wir bei zehn, also in Summe bei dreißig Buchstaben für unser Alphabet. Gut, jetzt können wir uns überlegen. Im deutschen Alphabet haben wir 26 Buchstaben. Nehmen wir noch Ä, Ö, Ü und SZ dazu, und dann haben wir tatsächlich 30. Es ist aber vielleicht auch sinnvoll, dass man, na gut, A, E, Ö, Ü, SZ könnte man auch ersetzen, ja, durch A, E, O, E oder S, S für SZ. Aber zum Beispiel ist es auch sinnvoll, dass man sowas wie S, S, C, H, also ein Sch als einen einzelnen Buchstaben nimmt, damit man eben weniger morsen muss oder ein C, H beispielsweise. Es ist tatsächlich sinnvoll, auch mehr als nur 26 zu nehmen. Aber ich denke, wenn man sich da ordentlich einigt, dann kann man das auch beliebig codieren. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.